Neues Format, neues Projekt bei Focus Football, ich freue mich richtig drauf, so merkt der Valentin ist nicht mit dabei und wir haben uns was vorgenommen und zwar geht es darum, wir wollen die Jungs, die drüben in den USA sind, die das live erleben, die College Football spielen, die an der Division One sind, die teilweise in der Highschool waren, deren Geschichten auffangen und dass die mal aus erster Hand Jahr für Jahr erzählen, was sie denn hier tun. Ich kenne halt viele von den Jungs und unter anderem einen Spieler, wo ich mich echt drüber freue, den ich gecoacht habe, da warst du glaube ich 13, mein Lieber, ein ehemaliger Spieler von mir, wobei das kann ich mir gar nicht so krass anhängen und zwar Lukas Meier. Lukas, wie geht es dir? Gut, gut, ich bin jetzt angekommen wieder, habe jetzt gerade eine Pause, bin jetzt hier zu Besuch, meine Familie besuchen und natürlich hier auch im Format zu sein. Ja, wir haben noch was vergessen, wir müssen noch den Jingle machen, wir machen immer den Jingle und zwar funktioniert das so, ich sage erst, also wir sagen mal herzlich willkommen bei Focus, dann sagst du Focus und dann müssen wir alle sagen Football. Okay, bist du ready? Ready, ready. Okay, alles klar, dann wünsche ich herzlich willkommen zum neuen Format von Focus, dem College Corner von Focus. 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 Football. Ist gut, ne? Ist echt gut, das ist echt gut, ja. Lukas, für alle, die dich nicht kennen, einmal dann bitte mal vorstellen und sagen, wer du bist, wo du herkommst und warum du hier eigentlich sitzt. Also ich bin aufgewachsen, als ich klein war, in Korweiler Nord, so ein kleiner Junge einfach, meine Eltern kommen aus Russland, sind beide hier hingekommen und ich habe dann angefangen mit 13, glaube ich, mit 13, habe ich angefangen Football zu spielen und leider habe ich mir direkt nach einem Monat mein Bein gebrochen und dann war ich ein bisschen ein Jahr in der Pause, hatte ein paar Operationen, musste alles wieder machen. Ich hatte ein bisschen Unglück auch, weil ich so eine Infektion im Knochen hatte, deswegen hatte ich auch sechs Operationen dann. Aber dann bin ich zurückgekommen und da war ich noch der Haya, der Coach Haya hat damals gesagt, ich soll dranbleiben am Sport und ich kann also so eine Future haben da drin, deswegen bin ich dann dran geblieben und das ging dann weiter und dann habe ich bei den Crocodiles weitergespielt, zwei Jahre und dann bin ich auf die Highschool gegangen. Respekt, Alter, mit 13 Jahren nach einem Monat Sport sich einen Ball zu brechen, sich sechsmal operieren lassen zu müssen und dann dazu entscheiden, ey, ich mache das weiter. Peter Haya ist ein gutes Stichwort, Peter Haya war ja selber NFL Spieler, war selber in der NFL Europe, war zu seiner Zeit, kann man sagen, der beste Offensiveliner seiner Generation und da waren ja auch andere Division One Athletes mit dabei. Da hat es, also wenn Peter Haya heutzutage aufgewachsen war, wäre das Safe, Division One, Top Five, Recruit gewesen, so Penn State, Ohio State, Alabama. Das ist schon geil, dass du da den früher erst coachen lassen. Aber dein Wille, da habe ich eine Story mitgebracht, die habe ich mir vorgenommen, das passt jetzt perfekt. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da warst du in der U16 Rookie und U16 müsst ihr euch so vorstellen, da spielen halt Jungs aus der U13 wie du, 13 Jahre alt, kamst gerade von der Verletzung zurück, gegen halt dann 16-Jährige, die halt schon gute Athleten sind in der Pubertät und kannst dich noch an das Inside Run Period erinnern gegen Darren, kannst du dich noch an die Szene erinnern? Ja, ich glaube, ich wurde da echt sehr bearbeitet von denen. Da war eine Szene, da war eine Szene, da kommt Darren, ein Linebacker, spielt jetzt auch in der ELF und Blitz und Darren war, kann man sagen, der beste Spieler der Liga, war ein fieschen Biest, ganz fieser Typ und du warst ganz klein und jung und ich weiß noch, du bekommst einen Hit und der hat dich voll weggeschaut und du kamst hoch und du hattest Tränen in den Augen und dann wollte mein Bruder nicht, weil wir waren ja erwachsen, wir so, ey, wir müssen den Lukas jetzt rausnehmen und wir so gesehen und dann so, ey Lukas, komm raus und du hast Tränen in den Augen und hast uns angeguckt, nein und du wolltest nicht raus und ich dann so, guck mal, Bruder und ich so, nee, nee, komm mal raus und du so, nein Coach, ich will nicht und unter Tränen und wir so, ja, alles klar und ich hab zu meinem Bruder an dem Tag gesagt, ich so, ey, aus dem Lukas, aus dem wird mal richtig einer, lass den mal, wenn der 15, 16 wird hier in Deutschland, dann wird das richtig, richtig fies für die anderen. Dazu ist es dann aber leider nicht gekommen, dass du in Deutschland hier mal deine Dominanz sein konntest, denn du bist sehr früh in die USA gegangen, hast da Highschool-Football gespielt, richtig? Ja, ich hab ja noch hier die U16 zu Ende gemacht und dann kurz bevor ich in mein U19-Jahr gegangen bin, also ich hätte U19 noch gespielt, aber dann bin ich an die Highschool gegangen, der Marlin Klein ist ja ein Jahr vor mir gegangen so und dann hab ich ein bisschen mit denen gequatscht und dann bin ich auch rüber gegangen, ich hab mich dann für Rabing Gap halt entschieden, das war die beste Option für mich so momentan, wir haben einen guten Coach damals bekommen und ja, dann bin ich rüber gegangen, erstes Jahr halt mit wenig Erwartung am Anfang, so, dass ich spielen werde, weil man kennt immer so Amerika, Amerika ist so richtig krass und alles und dann bin ich reingekommen sogar und da war Corona noch in der Zeit und Corona war die Sache so, man musste in Quarantäne direkt, zwei Wochen musste man in Quarantäne, ganz am Anfang, das heißt, ich bin erstmal fünf Tage zu spät gekommen vom Arriving Day und danach musste ich dann nochmal zwei Wochen in Quarantäne, das heißt, alle anderen Spieler hatten einen Vorsprung vor mir und da war ich noch, da war ein anderer Kollege von mir, Felix Döge, der geht jetzt zu App State auch und der hat ein bisschen so groß geredet dann halt, dass der über mich starten wird und alles und dann bin ich zwei Tage gekommen und dann am zweiten Tag, also am ersten Tag habe ich ganz normalen Projekten mitgemacht und dann am zweiten Tag hat der Coach mich over den gestartet so und dann war ich direkt First Team und alles, ja, erstes Spiel. Vielleicht erstmal, um da chronologisch, Raben Gap, was ist das, wie bist du da hingekommen, wie funktioniert das überhaupt in die USA zu kommen? Also ich habe mit Grid 1 Imports so gearbeitet, kooperiert und die haben mir geholfen und ich hatte, glaube ich, 20 Highschools, mit denen ich geredet habe, wo ich dann auch hingehen wollte, also dann habe ich mich halt für Raben Gap entschieden, auch natürlich für meine Mutter war es am besten, wenn da jemand ist, den ich auch kannte, vorher und Marlin kannte ich halt vorher, habe ich dir auch erzählt so, deswegen bin ich dann auch mit Marlin gegangen, also auch mit denen und dann, ja, also der Prozess, man muss halt viel Paperwork ausfüllen, viel auf Englisch, bei mir ist auch die Sache, ich bin der Einzige in meiner Familie, der Englisch kann, keiner kann Englisch bei mir und ich war halt damals auf einer Gesamtschule so und da haben wir jetzt nicht unbedingt sehr, sehr viel Englisch gelernt und alles und dann musste ich auf einmal Financial Aid Papers ausfüllen, also wie viel meine Mutter verdienen und alles. Zehnseitige Papiere, ich saß da bis 1 Uhr morgens, ich dachte mir so, ich kriege das niemals hin mit Google Übersetzer, den einen Coach angerufen mit meinem Broken English damals, war schon echt schlimm, aber wenn man was will, dann kriegt man das auch hin, so sage ich das immer. Ja und ja, dann habe ich alles ausgefüllt und bin dann, wurde ich akzeptiert und dann bin ich im August 2020. Bevor du dann gleich ein paar Fragen schätzt, Marik, da habe ich dann auch eine Story zu, ich kenne ja einen ehemaligen Lehrer von dir auch, der ist bei mir und Marik im Freundeskreis und der hatte, viele Grüße an dich, ich schicke das auf jeden Fall mal zu und der hatte mir das auch mal erzählt, dass er meinte, ey wir kennen da einen Footballer, der war bei mir in der Schule und man kann es ja offen sagen, das sind ja nicht die einfachsten Verhältnisse bei euch, das ist ja, wie du sagst, eine Gesamtschule, die echt mit vielen Leuten aus schwierigen Verhältnissen, teilweise sprechen Leute kein Englisch und der hatte mir damals davon geschwärmt, dass du damals, als diese Message kam, du kannst in die USA gehen, dass man bei dir im jungen Alter gemerkt hat, da ist so ein Switch umgegangen, dass du dich, du hast dich in die erste Reihe gesetzt, du hast Englisch angefangen zu lernen und wie du sagst, du wolltest das und hast es dann umgesetzt und ich kann dir sagen, dass bei deinen ehemaligen Lehrern, das auf jeden Fall hängen geblieben ist, dass aus dem Lukas da ein echt toller Mann geworden ist. Der Jan hat so richtig deep Research gemacht, das hat deine Lehre noch angeschaut. Ich habe richtig nachgeguckt, auf jeden Fall war das Tatsache, dass dann gesagt wurde, ey richtig krass, was aus dem Lukas geworden ist, weil du hast nicht nur da den Grundstein gelegt für deine Karriere in der Schule, sondern natürlich jetzt auch, das wird auch geschwemmt, ey du hast dann über einen Einser-Durchschnitt bekommen, du gehst jetzt studieren und so, das war, ist für die Leute, die dich gar nicht mehr kennen, bist du denen auch im Kopf geblieben. Also ich glaube, da kannst du da an der Note auch nochmal stolz drauf sein und so wie du das wiedergibst, ich sag mal so, der Struggle wurde gesehen von den anderen. Respekt auf jeden Fall dafür. Da belang ich mich, aber dann auch halt unsere Schule, ja unsere Schule war schon ein bisschen Katastrophefall, aber so wenn man was will, wie gesagt, dann kriegt man das auch hin. Ich habe mich dann am Ende, so meine Mutter wollte unbedingt, dass ich einen guten Abschluss noch kriege, so Realschulabschluss mit Quali habe ich dann bekommen und ich bin auch das erste Mal in der Familie, der das erste Mal direkt nach der 10. Klasse einen Realschulabschluss gekriegt hat, das ist auch was Besonderes. Aber so, ich wollte einfach ein bisschen anders sein als so meine Cousins und so mein Bruder und so. Ich wollte einfach raus ein bisschen aus meiner Comfortzone und so. Deswegen war es auch wichtig für mich so, für meine Mutter einen guten Abschluss noch zu haben, gute Noten. Also ich habe nicht mit 1, aber 2,2 glaube ich, ja, habe ich meinen Realschulabschluss bekommen. Reicht, reicht doch fürs Erste. Hat gereicht, um rüber zu kommen. Das reicht. Ich sag mal so, wenn es was gibt, dann glaube ich das Phänomen des Sportjungen. Und ich erzähle, glaube ich mal, Jan und mich jetzt auch sehr ähnlich dazu, dass man früher, glaube ich, oftmals in die Schule gegangen ist, in erster Linie für so ein bisschen Freunde treffen, ein bisschen Sozialisierung, dass dieser Lernaspekt oftmals auf der Strecke bleibt, weil du ja eigentlich gar keinen Purpose dafür siehst. Aber genau wie du es dir ja gerade eben dann schon gesagt hast, wenn du dann auf einmal irgendwie so ein Ziel hast, dann juckt es sich dann vielleicht dann doch mehr, weil du auch weißt, dass du dafür irgendwie was zurückkriegst, mehr als ein Zeugnis, auch wenn jetzt Schulbefürworter wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie war das denn für dich, als du dann rübergegangen bist, diese Transition, wenn du ja selber sagst von wegen, ey, Gesamtschule in Deutschland war jetzt tendenziell eher schwierig vom Level her. Wie ist das auf einmal, wenn du dir selbst Englisch beigebracht hast oder selbst Englisch beigebracht hast, aber selber sagst, ich habe in Englisch reingehauen, um das ganze Ziel zu schaffen. Wie war das nachher für dich, sogar auf Englisch in die Schule zu gehen? Das war ja wahrscheinlich auch so ein Punkt, wahrscheinlich Nervosität vorher. Ja, also ich habe halt, am Ende musste ich ein bisschen lernen so, also ich wollte halt ein bisschen besser Englisch auch, habe ich in Deutschland ein bisschen mehr so mich verständigt und so. Wenn man mal gespielt hat, so Madden oder so gegen Amerikaner, dann hatten wir immer ein bisschen geredet zu, aber das war echt Katastrophe. Ich hoffe, dass du aber nicht dieselbe Sprache benutzt hast, ne? Da warst du bestimmt was vulgärer im Chat. Ja, das stimmt, aber auf jeden Fall, also, ja, das war schon echt. Der Transition war so, ich bin da erstes Jahr hingekommen und für mich war so, okay, so, ich muss jetzt Mathe auf Englisch machen, all diese ganzen Sachen und die Sache ist halt, man bekommt hier, man lernt alles nur auf Deutsch und dann kommst du da hin und machst Mathe auf einmal und dann sagen die, kommen die mit dem Triangle Square und alles so, diese ganzen Sachen, hatte ich alles keine Ahnung und dann sitze ich da im Unterricht und da war ich schon mit einem anderen Kollegen, der ist auch mit mir gekommen, aus Düsseldorf, wir sind zusammen hingeflogen auch und dann saßen wir nebeneinander im Unterricht und ich musste einen Tacker, ich brauchte einen Tacker für mein Papier, so, und ich wusste nicht, wie das… Was heißt Tacker auf Englisch? Stamper, ja, und das wusste ich in der Zeit nicht und dann bin ich… Ich wusste es jetzt, ich wusste es, Staples Center. Und ich bin zu der Lehrerin gesagt, ich habe die gefragt, can you please give me Tacker? Die hat mich so angeguckt, die wusste nicht, was passiert hier so? Was hast du noch mit dem Schock bekommen? Das war echt sehr, sehr lustig. Und der Kollege natürlich hat sich totgelacht, so, weil er wusste das halt, aber war schon lustig. Ey, das sind doch die Momente, glaube ich, so weit weg von zu Hause, die es dann nochmal süßer, glaube ich, machen. Vor allem, wenn du noch einen Kollegen da hast, der sich dann wahrscheinlich auch in der selben Sprache mit dir darüber kaputt lachen kann, so, was passiert ist. Gehst du dann nachher aus dem Platz raus, Ollum, ja, ich habe doch versucht und so was. Ja, nee, so ein bisschen Google Translator. Der hat auch gesagt, so, warum hast du jetzt das Spiel bekommen? Ich so, ich habe doch versucht, ja, mach du doch. Und dann hat er genau so, genau so. Hab ich da einfach gezeigt, sprach halt, so für Papier. Und dann hat er das schon verstanden, so, irgendwie. Ja, ich sag mal so, du hast ja eben gesagt, jetzt hast du es gelernt. Du hast es schon erwähnt, spielerisch, du hast sofort gestartet, ne? Also, das hat nicht lange gedauert, das kann ich ja nochmal bestätigen. Du warst schon immer Naturtalent, ne? Du warst schon auch immer in Offense of Linemen, es gibt ja teilweise Line-Spieler, die sind O und D-Line, aber du warst schon immer O-Line-Man. Und das muss ich sagen, das sind, ich komme ja auch aus einer O-Line-Familie, ist für mich immer Nummer 1 People in the World. Das sind die Nummer 1 besten Menschen, die sich einfach dedikaten, diese Position zu spielen. Und du hast dann am Ende natürlich auch mit dem, das darf man ja sagen, hervorragenden Coaching, was du in Deutschland genießen durftest. Du hast mit Fabian Höller zusammengearbeitet, die One, mit Peter Heyer, mit David Odenthal, mit meinem Bruder, das sind alles die One-Athletes gewesen oder Pros, ne? Also da darf man schon sagen, dass die Ausbildung hier in dir steckt und dass du dich dann da durchsetzt und dass die Amis da nicht lange verbrauchen und sagen, ja, alles klar, den lassen wir zocken. Wie würdest du denn einmal, bevor wir zu den Spielen kommen, die Trainingsintensität an der Highschool beschreiben? Wo ist der größte Unterschied, wo du, als du ankamst, du dir dachtest, alter, das ist hier completely different? Also so im ersten Jahr war das ein bisschen anders. Man geht ja eigentlich immer Fallcamp, also eigentlich im College ist das so richtig strikt, aber bei uns war das halt Fallcamp. Wir sind eine gute Highschool gewesen, wir wollten eine komplette Programme changen, alles ändern. Wir sind halt da hingekommen, wir waren 328 in North Carolina, wir waren 5.000, 6.000 in der Nation und alles. 5.000, 6.000 beste Highschool, also in den USA werden die Highschool-Teams gerankt, da gibt es ja Zehntausende und wenn du davon sprichst, dann war es ja die 6.000s beste Highschool in den USA, was nichts ist. Ist gar nichts, ist echt nicht so gut. Genau wie 368 im Staat, also unter Top 50 wird es so eigentlich nicht sein. Ja, das stimmt und dann halt wegen Corona auch mit den ganzen Quarantänen und alles war das ein bisschen anders, aber man ist reingekommen direkt und man erwartet direkt viel von dir und da auch wenn du Half-Ass machst oder Lazy bist du, dann die Coaches schreien dich direkt an, die werden direkt sagen, what the fuck is this? Die gehen dann, schreien dann und dann, ich weiß noch einmal, mein Coach hat mich, als ich in Quarantäne war, bin ich sprinten gegangen und der hat mich laufen gesehen und der hat nur zugeguckt, weil er durfte halt mit uns nicht reden und alles, weil wir halt in Quarantäne waren und dann hatten wir Practice und wir sind Gäste gelaufen und ich war so richtig kaputt, ich kenne das gar nicht, so ganze Zeit Gäste laufen, ganze Zeit und bin ich gelaufen, gelaufen, gelaufen und dann meinte er, Lukas, what the fuck is this? I saw you running und alles, der so, du kannst viel schneller laufen und so, das war echt, dann habe ich schon so welcome in Amerika so gehabt, so die Intensität so auch vom Training her, würde ich sagen, ist auch viel, viel härter, da ist auch die Competition und Competitiveness besser, jeder will halt spielen, jeder will halt ein guter Athlete sein, deswegen muss man auch viel so, viel producen und viele, die wollen auch im Practice hart gehen, unser Coach hat auch manchmal uns angeschrieben, er hat gesagt, so, wir spielen nächste Woche ein Spiel, ihr müsst ein bisschen runterkommen und halt, wir kommen alle, also da waren ja auch mehrere Deutsche so, wir sind als Deutsche alle da hingekommen so. Wie viele wart ihr? Ich glaube, wir waren momentan, im ersten Jahr waren wir, zwölf, zwölf Deutsche. Ein richtiger Unit in der drüben, für euch, ja. Hat Werner auch einen Ring bekommen, dass er da euch alle Ruhe geschickt hat? Nein, wir haben leider keinen Ring bekommen in der Zeit, aber, ja, da kommen wir später noch zu, aber, ja, die, auf jeden Fall, die Intensity war auf jeden Fall ganz, ganz anders, man kommt hier, Crocodile ist auch ein gutes Team so und die Competitiveness und da sind auch gute Jungs und gute Trainer und alles, aber, das ist da komplett ganz anders, da ist echt Producen, 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 das ist echt das Wichtigste. Jeder auch, alle 50 Mann geben dieselbe Intensität, ne? Wenn ich mir überlege, Jan und ich waren letztes Jahr im September oder Oktober waren wir in Florida, waren wir auch Highschool Football gucken und Jan hat mich das erste Mal da hin entführt, weil er lag mir drei Tage lang in den Ohren. Ich habe ja selber Highschool Football, weißt ja, Frederik und ich haben ja in Highschool Football in Florida gespielt, was ja nochmal ganz different animal ist, so 7A Highschool Football und dann habe ich ihm gesagt und meinte so. Drei Tage lang lag der mir in den Ohren und sagte, ey, wir müssen da unbedingt hin und der war wirklich wie ein Kleinkind zu mir und ich meinte so zu Jan, ey Jan, ganz ehrlich, ich gucke mittlerweile NFL, ich gucke College Football, ich gucke ELF, ich kann nicht noch ein viertes Standbein irgendwie aufbauen. Und dann sind wir da hingegangen und ich war echt geflasht einfach von der Professionalität, generell vom Aufbau, aber halt auch von der, also von der strikten Art und Weise zum Beispiel von den Coaches oder so, also gab es auch schon so Situationen, wo du in Amerika gedacht hast, so wow, Alter, wir sind jetzt gerade auf einer Stufe, die kenne ich aus Deutschland und die härte halt so noch nicht. Genau, wenn ja, erzähl mal vielleicht von einem Beispiel. Also die Seriousness ist natürlich auch ein bisschen anders und auch die Sache halt in Highschool Football, das ist auch ein bisschen mehr, ist lockerer, man hat mehr Spaß, mehr Musik zum Beispiel. Ich sag immer, es gibt gar nichts wie Friday Nights zu spielen. Es gibt gar nichts wie Friday Nights. Friday Nights ist komplett, das ist ganz anders, man ist in der Schule gewesen, alle, alle sind da, du siehst alle und am gleichen Tag bolst du noch haut und dann spielst du, alle sind da, alle ziehen dich an und alles. Es gibt echt gar nichts wie ein Friday Nights. Marching Band, wenn du die Drums voll hörst, ne? Also das hatten wir bei uns nicht, unsere Schule war halt ein bisschen kleiner, wir hatten keine Drums, wo ich so überraschte, auch keine Cheerleader, das war einem, unsere Highschool war halt auch eine Gegner, ne? oft, oder? Ja, die Gegner hatten, wir sind auch 7A, 6A sind wir spielen gegangen und. Also einmal zur Erklärung, 7A, 6A, das habe ich eben schon erwähnt, 1A ist immer kleine Highschools, weil man spielt ja da in Schulen, das haben praktisch 500, 600 Leute, wenn überhaupt, 2A ist dann mehr und 7A, da reden wir schon von Monster Schools, das sind also 3, 4, 5.000 Leute an einer Schule und dann könnt ihr euch mal überlegen, in einem Land wie den USA 3, 4, 5.000, davon die 50 besten Athleten spielen Football, so in der Art. Ja, quasi und vor allem auch, der Jan hat ja gesagt, Florida ist auch different, so. Also Florida Athletes sind schon, wir haben auch in Florida, haben wir einmal gespielt, da haben wir auch, haben wir ein richtiges Ass-Wooping bekommen von Florida. Also ich war ja bei der Sickles Highschool und wir hatten ein sehr geiles Coaches-Staff, das muss man auch in der Highschool-Football ehrlicherweise sagen, man braucht genau wie im College die Coaches, die das zusammenhalten, die gut, wenn man es auch nicht darf, Recruiten, so in der Art und Weise, die sich halt Spieler holen, wo die Eltern sagen, ey, ich vertraue dir mein Kind an und als ich da war, der Jahrgang meines Bruders und mein Jahr und das Jahr darauf, die drei, das waren die besten Jahre, die unsere Highschool jemals hatte, da sind wir elf Siege, zwei Niederlagen nur, wir haben gegen die Top-Schools gespielt, Highschool in Tampa Bay, das ist so mit der größte, größte Monster und in Tampa und ich weiß halt auch, wir hatten glaube ich elf D1-Athletes bei uns, wir hatten elf Leute die nachher oder zwölf D1 gesigned haben mit allen in meinem Team und bei uns war halt der allererste, wenn du kommst, war Ray Ray McCloud, der bei Clemson war und jetzt bei den Forteinanders spielt und das, was du sagst, das ist einfach ein Ding, diese Menschen findest du an drei Staaten, drei Orten der Welt, die findest du in Florida, die findest du in California und die findest du so in Texas und so und als ich das gesehen hab, wie du sagst, diese Athletes, da waren richtig krasse Athletes, wo mein Bruder und ich gesagt haben, ey, die könntest du jetzt mit 17 Jahren, 18, dann kannst du die in die GFL stecken, in die höchste deutsche Liga, die würden ballen und die sind in 7A Florida Football Average, so, die kriegen nicht mal seine Offer, der interessiert sich nicht mal die Two-Schools. Das war Wahnsinn, ich hab letztes Jahr wirklich auf der Tribüne angefangen zu googeln und mir die 24-7-Scores von den jeweiligen Kids rauszusuchen, weil ich mir immer dachte, von wegen, ey, das muss doch ein 4-Star Minimum sein, ey, dann war ein Typ, der wirklich richtig krass geballt hat, auf einmal eine 2,5 von 5 Sternen oder so, wo ich dann gedacht hab, okay, und hat so eine, hat eine vermeintliche Middle-Range D1-School halt irgendwie unterschrieben, wo dann Jan nämlich dann auch zu mir meinte, ey, genau das ist, das ist Florida. Aber das ist es ja auch am Ende des Tages und das ist vielleicht nochmal die Sache, warum Leute hier in Deutschland diese Offers und so D1 nicht for granted nehmen dürfen, weil wenn du vor Ort warst, so wie du, und davon kannst du auch erzählen, Scholarships sich zu verdienen, sich aus dieser Masse rauszubewegen, zu ballen, zu starten, sich nicht von der mentalen Toll, also was auf deinen Kopf geht, die Disziplin durchzuhalten, das durchzuziehen über vier Jahre, auf dem Niveau mit tough-ass Coaches, mit Schedules, mit Schule, das ist halt special und das schaffen halt nicht alle, also viele droppen an irgendeinem Punkt aus und du hast es ja geschafft, dich ja sogar so weit durchzusetzen, dass du ja nichtmals nur ein Offer bekommst, du warst ja ein Three-Star-Recruit und Three-Star-Recruits ist drei von fünf, gehörst du schon zu den zu den Besseren oder schon deutlich Besseren, ne? Ja, Three-Star, ich wurde ja gerankt nach meinem Junior, wo habe ich so meinen Breakout ein bisschen gehabt, das kam bei mir ein bisschen spät, ich hatte ein bisschen Pash mit meinem Head Coach, der hat sich mehr auf die 22-Class gefocust und dann ist er danach auch gegangen, so nach dem Jahr, also nach meinem Junior-Year ist er gegangen und ich hatte halt Bomben-Tape, mein Sophomore-Jahr war ich schon First-Team-All-State, First-Team-All-Conference, mein Second-Year war ich auch First-Team-All-State, First-Team-All-Conference und ich hatte gar nichts, ich war auch da jetzt so, was passiert hier? Dachte ich mir so, ich habe zwei Jahre produced, hatte ein Sec in zwei Jahren so, ich habe ja Left-Hacko gespielt in dieser Zeit und da war ich auch so, was geht hier ab und dann sehe ich so, Leute aus Deutschland kriegen einfach so Offers und alles und dann dachte ich mir, ich bin hier, ich ball out und ich kriege gar nichts so, aber so ist das Leben, das Leben ist nicht immer fair, aber man kriegt immer das, was man verdient, sage ich so und dann später ist das gekommen, ich habe meine Offers reinbekommen und auch da kam ein Stück noch, im Sommer auch sind viele Coaches danach gekommen, man sagt immer auch, also the hardest offer ist the first offer, so, das war halt mein erstes Offer habe ich dann bekommen und dann alle Coaches, mein ganzes Twitter so, alle haben mir geschrieben, überall und ich bin auch Camps gegangen in diesem Jahr auch, hat mir auch sehr geholfen dann. Okay, nice. Kurze Frage, noch kurz bevor wir vielleicht da an das Recruiting wegen Chattanooga kommen, du hast, ich sehe in der Highschool noch Lacrosse und Wrestling? Ja, Wrestling ein bisschen nur, ich habe ein Match gemacht, das wurde aber nicht so, wie sagt man? Gewertet, oder? Gewertet, ja, habe ich auf jeden Fall verloren, so, habe ich auf jeden Fall verloren, das war so mein erster, ich war so, Wrestling ist different. Ja, vor allem in den Staaten, boah, das ist da ganz anders, in Amerika. Das ist ja eine richtige, das ist ja richtig Kultur da drüben. Bruder, wenn du sagst, Football ist tough, Wrestling ist nochmal ein ganz anderes Ende. Wrestling echt, da sind Leute, sei froh um deine Ohren, ey. Die können sich alle krass bewegen, alle so Athletes, hier sieht man ja, wenn Leute so pumpen und alles, die sind breit, aber stiff im Body, also die sind so, voll so auf Krampf, die gehen so verkrampft, der ganze Körper bewegt sich und alles und da, die sind echt Athletes, Athletes, das ist da echt verrückt und dann, ich weiß noch, wir hatten auch Practice und alles, so, Wrestling ist schon hart. Also, wenn man denkt, so, was man in Football da macht und was man alles für Conditioning macht, das ist echt gar nichts. Wrestling ist echt, die machen den Heat noch an, dann wird das ganz warm, ganze Raum, hast du da auf einen kleinen Raum so 30 Leute, alle sind da, alle schwitzen, es wird noch wärmer, weil du schwitzt auch noch und alle Leute sind da drin, wenn der Coach einen schlechten Tag hat, sagt er einfach, mach Down-Obs die ganze Zeit, wir hatten einmal, das war auch ein Online-Familie und wir haben immer so gerestet zusammen, der war so mein Wrestling-Partner und der auch dann, der Coach hatte einen schlechten Tag und wir mussten Down-Obs, Down-Obs waren die ganze Zeit und der so, Lukas, ich kann nicht mehr, der so, ich kipp gleich von meinem Fasch, ich lasse mich einfach gleich schlafen, er so, ich kann nicht mehr, das geht nicht so, habe ich gesagt, wir müssen weiter, ich bin genauso, oder so, weißt du, ich bin genauso wie du, ich bin am Abkacken genauso wie du und meinte dann, ja okay, haben wir durchgezogen und danach, aber so das Gute, was ich auch in Amerika finde, man motiviert sich miteinander, das ist auch so zum Beispiel, wenn du keine Lust hast und dann kommt jemand, ey lass mal aufs Field gehen, lass mal worken, dann denkst du, okay, der macht auch was, ich muss auch was machen, dann nächstes Mal denkst du, okay, der macht nichts, dann holst du den auch raus, dann macht ihr euch gegenseitig besser, so, das war ein Team und wir wurden dann, also das erste Jahr kamen ja viele gemixte Spieler rein bei uns, so, wir waren ja komplett ein ganz neues Team, wir hatten Leute aus Deutschland, wir hatten verschiedene andere Länder auch noch, so, ich weiß nicht mehr alle genau, deswegen will ich nichts Falsches sagen, aber wir hatten viele und wir hatten auch Amerikaner, also wir waren wirklich ein internationales Team, wir waren most diverse high school football team in the nation, da haben die auch immer einen Artikel später auch über uns geschrieben und alles, ja, hab ich auch gelesen, ja, und, ja, gut, also das hat man nicht vergessen, weil ich nur, es gibt ja so einen Unterschied zwischen diverse und 0 und 12 gehen und diverse sein und die One Athletes producen und ein Umfeld schaffen, in dem du internationale Athleten aufnimmst, die sich dann hervorragend entwickeln und den nächsten Schritt gehen und das ist das Besondere, also das ist jetzt zum Beispiel, nochmal der Vergleich, mein Bruder und ich sind auch in die High School und bei uns war so, Germans, wir sind Florida Jungs, Affid, scheiß mal auf die, die haben sich gar nicht angeguckt, also bei mir zumindest auf Skillplay, mein Bruder war auch nach drei Tagen Starter, Online, Maschine, hat direkt, weißt du, du gehst in One-on-ones, dominierst, dich zu coachen und so fort, den lassen wir spielen so, aber auch am Anfang sind die so, was wollen wir mit denen, so in der Art, und developpen halt die Deutschen, also bist ja sonst immer ein Austauschstudent und was die mit euch machen und deswegen ist deine Story bei der High School halt so special, dass die euch halt nehmen als junge Menschen, als junge Männer, 15, 16 Jahre und so krass euch die Mittel geben und euch so entwickeln und dass ihr euch dann auch noch so entwickelt habt, ist halt wirklich special, also wir reden ja hier nicht nur von dir, wir reden ja noch von Marlin, der ja hoffentlich auch mal zu Gast ist, der jetzt bei Michigan ist. Justin auch, Justin ist ja auch ein super Athlete jetzt. Ja, der geht zu Clemson, der Clemson-Offer, ich glaube Alabama. Überall hat der. Generell muss man kratzen, wenn die jetzt gerade die Namen hier so reinschmeißen, wenn ich überlege, als ich so vor knapp 15 Jahren mit College Football angefangen habe, Alter, dass du die Leute irgendwo, die versuchst zusammenzukratzen aus Deutschland, und mittlerweile hast du ja wirklich, auch wenn es vielleicht noch nicht so, so in der Öffentlichkeit so richtig krass drin ist, aber du hast ja so viele Kids, die rüber gehen, Mann. Ey, ich meine, das ist ja so krass. Als wir dieses Projekt hier gestartet haben, haben wir gesagt, ey Jungs, ich habe euch im Gym gesehen, ich wollte das sowieso, die habe ich auch schon mal geschrieben vor ein paar Monaten, du bist ja mit Marlin die Ersten, weil ich euch ja gecoacht habe, und dann auch ich da natürlich stolz drauf bin, zu sagen, boah geil, ich bin da ein ganz, ganz kleiner Part von, und kenne euch so ein bisschen, und dann habe ich mal so zusammengesucht, meinte, kriegen wir denn genug Jungs zusammen? Ich glaube, fünf Minuten hatte ich zehn Jungs, wo ich dachte, ey, die haben zehn Jungs aus Köln, die wir interviewen können, langsam über D1 und so. Wir haben College City hier, Alter, wir produzieren die Jungs hier. Cologne, CGN on the map. Ey, Lukas, falls du mal in die NFL kommst, und die machen hier diese Monday Night Football, dann musst du sagen, wenn die College sind, dann sagst du, Lukas Meier, Korweiler Nord. Korweiler Nord. Die Jungs. Korweiler Nord, die Jungs. Ey, ich habe noch eine kurze Frage wegen diesem Lacrosse, deswegen hätte ich auch gefragt, fällt mir gerade ein. Sag mal so, das kennt man ja in Deutschland zum Beispiel weniger, dieses Multi-Athlet-Ding, weil du konzentrierst dich ja in Deutschland häufig auf eine Sache, war bei mir zum Beispiel auch, ich bin ein reiner Jugendfußballjunge, so wie es halt hier in Deutschland, halt der Fall ist. Hat dir das einer gesagt, so nach dem Motto in der Highschool, ey Brudi, geh mal vielleicht doch noch mal eine Runde Lacrosse spielen, weil es dich vielleicht einen Ticken athletischer macht. Also kein Bock mehr auf Wrestling. Oder geh zum Wrestling, weil es gibt dir eine geformt von Technik für mein Lineplay, war das sowas, wo die dir gesagt haben, hey, das gibt dir nochmal eine Advantage auch vielleicht im Recruiting-Prozess, dass du irgendwie College-Coaches zeigen kannst, du, ich bin vielseitig einsetzbar, ich bin nicht nur dieses One-Trick-Pony auf dieser einen Position, oder? Also für mich ist immer wichtig, dass ich active bleibe. Ich mag es immer, irgendwas zu machen, ich mag nicht einfach so, okay, ich chill jetzt und ich mach gar nichts. Dann fühle ich mich nach zwei, drei Tagen so, was machst du? Du musst irgendwas machen. Und halt in Amerika ist das ein bisschen anders. Bei uns war es required, also required heißt, du musstest irgendwas in der Afternoon machen, nach der Schule. Also um vier Uhr musstest du was machen, man konnte auch den leichten Weg nehmen, dann konntest du zum Beispiel Manager sein und dann hast du noch Wasser gebracht und so, aber das wäre halt ein bisschen komisch, wenn ich ein D1 Athlete und ich war Lacrosse-Manager so gewesen. Das wäre halt ein bisschen so. Du bist der breiteste Lacrosse-Manager aller Zeiten. Das wäre halt das Komische und mein Coach hat angesagt, so, spiel Lacrosse, spiel Lacrosse, weil die brauchten Spieler, der hat so, eigentlich hat er mich angelogen, so der, aber im Endeffekt hat das mir geholfen, weil, also ich wurde athletisch und die haben mich auch auf Attack gemacht und das ist so voll ungewohnt. Man kennt nicht so 285, 290, das so 130 Kilo und dann sieht man so ein Attackman, man scoret so und man, ich habe so ein Stürmer beim Fußball, weißt du? Ja, theoretisch gesehen, ja und ich habe viele, auch in meinen drei Jahren habe ich glaube ich, also ist jetzt nicht auch überragend so, aber so 90 Goals hatte ich, 90 Tore habe ich gemacht, so ist schon viel. 90 kriegt auf jeden Fall massiv oder, ja, merkst du mal, ich finde das ist das Interessante, also deswegen machen wir dieses Format, weil ihr einfach so vielseitig hatten, die Storys dahinter so vielseitig sind, dann lass uns aber zum Football mal wieder zurückkommen, deine Highschool Zeit, die Competition, deine Opponents, was sind so die Sachen, an die du dich noch krass zurückerinnern hast, die Seasons, wenn du die mal so Revue passieren lässt, wie war das so? Also ich erzähle von dem allerersten Spiel in Amerika, wir haben Craigschool gespielt und das war so unser School Ravery, so wir haben gegen die gespielt immer und die haben uns immer so hochgebietet und so, wir waren led, davor das Jahr haben wir glaube ich, wie war das, 48-0 oder 48-7 verloren, da waren wir halt noch nicht da und dann kamen all diese Spieler rein so und auch neue Coaching-Staff und alles, oder zum Beispiel unser Defense-Coordinator, der hat in der NFL gecoacht und alles, der war ein super Coach und dann das erste Spiel und mein Coach hat gesagt, ich starre und alles und ich war so nervös, ich hab so, ich hab echt Fliegen so, kennt man so, wenn man so schwarz vor Augen einfach hat und ich wusste nicht so, was abgeht und alles und ich war echt so nervös und das ist auch dumm, wenn ich das so jetzt zurückdenke so, ich war so nervös und dann dachte ich mir, ich muss irgendwas gegen diese Nervosität machen, ich kippe hier gleich um, ich kann nichts machen und dann irgendwie, ich guck, ich guck, ich guck, ich muss irgendwie jetzt so meine Aggression rauskriegen, irgendwas und dann hab ich einfach gegen die Wand gehauen und mir meinen Finger gebrochen vor dem ersten Spiel, das ist eigentlich super dumm so, ne, ist komplett dumm natürlich, aber, hat geholfen? Ja, also, der tötet ihn weg, aber mein Knochen war auch an der Seite da so, hab ich direkt gesehen und, ja, ich musste halt spielen so, das ging gar nicht in Frage für mich jetzt, ich hab mich selber jetzt so quasi verletzt und dann jetzt so das zu machen, hab ich gesagt, okay, ich überlebe das Spiel jetzt und dann sag ich einfach, jemand ist so auf meine Hand getreten oder so, zu dem Trader und alles, ja und dann das erste Spiel. Ist das die Nabe auch davon? Also ich hatte hier, hier sieht man auch, genau hier sieht man an meiner Hand auch, die Finger sind gar nicht mehr auch, aber auch vorher, ich hab oft meine Finger gebrochen, auch immer so, wie heißt das so, ausgerenkt hab ich meine Finger auch super. Kapsel schießen dann wahrscheinlich auch oft drauf. Kapsel ist, jedes Training gefühlt, ein Finger bleibt irgendwie hängen am Pad oder so, das ist echt sehr schlimm, aber das erste Spiel war auch so, ich kenn ja gar nicht, High School Football hab ich noch nie gespielt, vorher ich komm einfach von Crocodiles so, da waren vielleicht so, alle unsere Eltern als Zuschauer und dann kommen wir da an, tausend Leute waren da, und dann war es auch Bojangles, irgend so ein Bojangles Teil, so Bowlgame und alles. Bojangles ist eine Fastfoodkette, ne? Ja und der Gewinner hat dann so eine Trophäe von Bojangles bekommen. Mit lauter Chicken Pieces drinne. Also wir mussten das selber holen, aber wir Spieler haben das bekommen, also die Schule hat das dann so, uns zur Verfügung gegeben so, aber das erste Spiel, und war halt, ich war sehr nervös, erster Drive, ich war echt, ich so, was geht hier ab, ich komm gar nicht klar und so, aber wir hatten dann ein Closest Game, wir haben 19, 17 gewonnen, und jetzt, da waren zwei Minuten übrig, und wir hatten einen Drive, wir waren an der 20-Yard-Line auf unserer, das heißt, wir mussten noch 80 Yards, mussten wir down the field gehen, und wir hatten zwei Timeouts, dann war es so, ungefähr eine Minute nur noch, und ich weiß noch mal, allererstes Spiel, unser Korbeck hat so einen Ball in die Mitte geworfen, 30 Yards, und ich weiß noch, mein Spieler ist durchgekommen, ich so, nein, das kann nicht wahr sein, jetzt so, und dann hatte ich Glück, dass unser Korbeck den Ball noch rausbekommen hat, und dann wurde er halt gesagt, und ich so, okay, ab diesem Tag an, ich werde kein einziges Seat mehr kriegen, und mein ganzes Hoffnung, hier habe ich dann auch, kein einziges Seat mehr bekommen, aber dann hatten wir noch, 10 Sekunden übrig, und die haben den Ball auf Marlin geworfen, ein Fate, und der hat den gedroppt, und Marlin ist so auch, der nimmt sowas persönlich, weil die talken auch viel Trash, also die haben dann richtig gesagt, ganz anders in den USA, das ist da echt ganz anders, der Korner hat den echt gesagt, little ass boy und so, weil Marlin hatte auch die ganzen Auffassungen, der hat gesagt, ah, du gehst da hin und so, du bist ein Witz, hat er gesagt, der Marlin hat mich angeguckt, also, Bruder, guck jetzt, ich fange den Ball, und dann haben die ein Fate geworfen, wir hatten vier Sekunden, in der letzten Sekunde, hat er Touchdown gefangen, und wir haben gewonnen, dann noch in der letzten Sekunde. Hin und links in die Endzone, den Clip kenne ich noch, da ist viel rumgegangen bei Instagram, hatten wir auch alle in Köln, Proud Dad Moments, ja, das stimmt, aber ich fand so den Moment, wo der zu mir gekommen ist, guck jetzt, und dann hat er den gefangen, das war so, boah, krass, und dann habe ich auch gesehen, wir sind wirklich ein Team, wir wollen alle gewinnen, wenn man so sieht, wir kennen uns alle drei, vier Wochen, aber wir würden für alle in den Krieg gehen, weißt du, weil in der Saison auch, alle haben ein Ziel, natürlich am Ende, State Championship, das ist so, der Ring, das ist so, das maximale Ziel so, und das war schon, das war schon ein krasser Moment für mich, das erste Game so, werde ich niemals vergessen, war schon auf jeden Fall different, so würde ich sagen. Wie ist das Ganze, also Playbook-mäßig in einer Highschool, wenn du das jetzt vergleichst, zum Beispiel mit Crocodiles, oder generell deutsches, deutsches Jugendniveau, wie ist da das Wissens-Gap, wenn man drüber kommt, ist es so gewesen, dass du zum Beispiel das Playbook gesehen hast, und du erst mal gedacht hast, okay, du dachtest, du wüsstest schon viel, so nach dem Motto, und jetzt kommt halt noch mal so ein dicker, fetter Batzen drauf, oder? Also, wir haben auch viel in der Green Machine, auch viele, so, wir haben ein dickes Playbook bekommen, wir mussten auch viel lernen, und Crocodiles hatte auch eigentlich so ein gutes Verständnis, wie man eine Offense runnt, und alles, aber da kommt man rüber, da haben wir so ein Playbook bekommen, und dann sagt er, okay, ihr müsst das auswendig lernen, wer das nicht kann, wir finden jemanden, der das lernen wird, da ist es ganz einfach, du wirst einfach replaced, wenn du nicht so producest, das ist so das Wichtigste Wort, producen, 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 wenn du nicht producest, die finden jemanden, der producet, das ist da ganz einfach, hier so, ich weiß hier ein bisschen, bei Crocodiles, manchmal habe ich so ein, zwei Plays, wusste ich nicht, aber ich wusste, wenn ich so jetzt verkacken werde, ich würde trotzdem spielen, so, aber da ist echt, wenn du so ein Messer passt, das kann so Game of the Play, so Play of the Game sein, und dann ist es vorbei, deswegen, die wollen, Consistency ist auch wichtig, du sollst konstant immer wissen, und auch die Plays, also für mich war es schwer, aber ich wollte spielen, deswegen war es so wichtig für mich, so zum Beispiel in der Schule, ich bin ja da, weil ich ja auch, ich muss ja da sein, und gute Noten haben, sonst spiele ich halt nicht, aber da, ich will wirklich das spielen, deswegen, ich steige mich dann auch rein, bei dem Lernen, ich habe das Playbook auch gelernt, so, das war das erste Mal, dass ich wirklich ein Playbook gelernt habe, und ich muss so gucken, wie gehe ich da jetzt ran, wie lerne ich das alles, habe ich das alles aufgeschrieben, auf Oldschool Art, einfach 10.000 Mal runtergeschrieben, auf ein Papier so, und dann hat es geklappt, aber Playbook ist schon da ganz anders, wir haben zum Beispiel, Wing T gespielt, haben wir die ersten zwei Jahre, und dann haben wir Inside Zone, und ein bisschen mehr eine modernere Offense gespielt, bei unserem Coach hat es auch geändert, also wir haben ein neues Coaching Staff auch bekommen, aber, also ich muss sagen, wir haben am Ende des Jahres, mein Softball hier, wir haben 3 und 28, oder welche Nummer ich auch am Anfang gesagt habe, so waren wir am Anfang, und wir haben am Ende number one Team in North Carolina gebetet, wir waren Nummer drei, glaube ich, weil wir gegen Charles Christian am Ende verloren haben im State Game, aber von 300 oder 200 zu kommen auf Nummer zwei, drei ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Aber du merkst, aber du merkst, es habt ihr geschafft, durch diesen Standard, der gesetzt wurde, und mit den richtigen Menschen diesen Standard erfüllen können, also deine Story hätte ja ganz anders aussehen können, wenn du irgendeinen Coach hast, der das nicht von dir fordert, der dir das nicht an die Hand gibt, der das nicht von dir expected, der halt nicht kommt mit Producen, sondern vielleicht mit anderen Werten oder anderen Dingen, sondern dass es ganz klar danach ausgerichtet ist, und da gibt es ja auch verschiedene Mentalitäten, und nochmal, ich finde, das ist das, was Raven Gap ausgemacht hat, dass sie halt Jungs nehmen, junge Menschen, denen einen Standard geben, aber sich auch die richtigen jungen Menschen aussuchen, weil ich glaube auch da, die nehmen ja auch nicht jeden richtig. Ja, das stimmt, also man muss schulisch auch gut sein, unsere Schule ist halt so eine Boarding School, ein Internat, wir haben ja da auch gewohnt, gegessen, so das macht dich ja auch aus, das bildet ja auch Team Bonding und alles, aber die Schule ist ja auch sehr hoch akademisch, und die gucken auch charakterlich, so du musst auch reinpassen, weil so die nehmen jetzt nicht einfach jeden, weil guck mal, die investieren ja quasi in dich, du kriegst ja auch, du musst zwar was bezahlen, in Highschool musst du irgendwas noch bezahlen für die Schule, deswegen habe ich auch kein Austauschjahr gemacht, hätte ich natürlich mehr bezahlt, als wenn ich so das gemacht hätte, über Football quasi so, das ist auch ein komplexes Thema, so manchmal, das ist, also man muss halt sagen, man darf nicht recruiten, aber irgendwie auch schon, so deswegen, aber so die Amerikaner finden immer irgendwie einen Weg, dass es noch, die ist ja, Highschool-Football und College-Football sind ja sehr halt eingefahren, und in der Highschool ist es so, du hast eine Region, in der du wohnst, da muss dein Hauptwohnsitz sein, und da darfst du spielen, so, und wenn du zum Beispiel von einem Coach rekrutiert wirst, und er sagt, komm zu meiner Schule spielen, und das ist nicht in deiner Region, ist das generell, also das generell zu sagen, ist illegal, also generell dieses Recruiting ist illegal, und was es halt oft gibt, das war zum Beispiel der Plant Highschool, die ich eben erwähnt habe, die ist halt ein Tampa, die ist ein South Tampa, die grenzt so ein bisschen an Inner City, also an, sagen wir mal, schlechteren Wohngegenden, und bei denen war halt wirklich üblich, dass die auf einmal Kinder hatten, wo dann die Eltern in diese Region dann gezogen sind, oder sag ich mal, an die Ecke, und die Eltern sind halt irgendwie dann freshman, sophomore year dahin gezogen, damit die Kinder an dieser Highschool spielen können, also genau an die Grenze, sag ich mal so, sag ich mal, der Vater hat eigentlich eine Stunde von der Highschool weggewohnt, wo der Sohn gespielt hat, dann sind die so nah an die Highschool rangezogen, dass es halt eine halbe Stunde zur Arbeit, eine halbe Stunde zur Highschool war, dann ging es, und dann haben die halt für die Highschool gespielt, und jedem war klar, der wurde halt safe recruited, so ne, aber wie gesagt, ich glaube, das kann jeder verstehen, dass die Eltern das Beste für ihr Kind wollen, und bei euch ist ja mit der Boarding School eh, nochmal was ganz anderes. Ja, Boarding ist ja, das ja Public School ist ja, du darfst echt nur, zum Beispiel, man wohnt jetzt in einem Georgia, in einem kleinen Teil, dann dürfen auch alle nur in der Umgebung dahin suchen, man muss auch gucken, wie weit das ist und alles, aber zum Beispiel in der Boarding School, man kann ja andere Leute auch holen, von anderen Städten, zum Beispiel Connecticut, oder Florida, oder irgendwo anders, Tennessee kann man ja auch holen, weil die werden ja dann da wohnen, das ist ja dann deren Wohnort, deswegen, man kann ja noch, die trinken quasi das Komplettpaket an, ja, weil die sind ja auch da, halt in der Boarding School halt, das ist ja ein Internat, so. Ja. Wir haben ja ganz viel über den Standard gesprochen, über Producen, du hast enorm viel gespielt, also du warst ja ein Three-Year-Star, da in der Highschool, und das zu Recht, hast wenig Fehler zugelassen, hast die Stats mitgebracht, dann ist ja das große Thema, und das, was ja eigentlich jeder will, und deswegen bist du über Recruiting und Division One. Wie ist es dann zu den Offers gekommen? Erzähl uns mal, nimm uns mal mit, wie läuft diese Kommunikation ab, mit den Coaches, was haben die dir gesagt, was sind Dinge, die dich zum, die One-Athlete machen, was waren Dinge, wo die dir gesagt haben, das fehlt dir? Nimm uns doch einmal da so mit, vor allem zu sagen, was macht es so besonders, wenn das in den USA passiert, wenn es halt nicht dieses Deutschland-Ding ist, wo wir auch viele Gäste haben werden, eigentlich fast alle unsere Gäste sind ja aus Deutschland rüber, sondern du bist ja aber auf der anderen Seite der, der es ja gemacht hat wie ein Ami, also du hast ja das, die amerikanische Recruiting-Erlebnis gehabt, wie war das? Und vor allem ja auch diese drei Jahre, sag ich mal, Lebenserfahrung darf man ja auch nicht vergessen, dass vor Ort halt auch herrscht, so dieses, ich glaube, das checken ja auch viele Leute, die hier Sport machen, nicht wie es halt da drüben ist, und wenn du schon drei Jahre als Highschooler quasi erlebt hast, dann weißt du ja auch ein bisschen mit den amerikanischen Eigenarten umzugehen, von daher. Ja, also das Recruiting ist da ein bisschen so, also ich sage ehrlich, das ist dreckig, also echt, ja, AT&T is all business, so, die nehmen die besten Spieler und die denken auch nur an deren Arsch, wer zum Beispiel, ein Coach kann dir sagen, okay, ich bleibe hier jetzt noch, dann kommst du dahin, und dann, wenn der einen besseren Job kriegt, eine bessere Opportunity, der ist weg, da interessiert er dich auch nicht mehr so, das ist da echt ein bisschen so, das ist echt sehr, sehr dreckig, also so, zum Beispiel, mein Coach, mein sophomore hier, ich habe halt produced, und ich hatte das Tape auch und alles, und ich habe dann halt nicht viel gefragt, weil er wurde immer so, mein Coach war recht streng zu mir, also, wenn ich zum Beispiel, ein gutes Play gemacht habe, hat er mich immer versucht zu verbessern noch, und dann Leute, die den Standard hatten wie ich, und die dann vielleicht so ein Play machen, was ich immer normal mache, ein Block, hat er dann zum Beispiel die dann gelobt, und gesagt, ja, okay, good job, und so, und bei mir war der immer hart, weil er wusste so, also, das ist auch gut, ich brauche das auch, wenn Leute so streng zu mir sind, das ist auch gut, Disziplin und alles, aber der Coach hat leider, also, ich weiß halt nicht alle Hintergründe im Endeffekt, aber, wenn ich in meinen Softball hier ganzes Jahr gestartet habe, so, und dann habe ich halt nur Interest bekommen, also, paar Schools haben mit mir geredet, das Problem war auch, also, das war mein Hauptproblem, warum ich nicht Power 5 gegangen bin, würde ich sagen, ich konnte nicht mein Gewicht so halten, ich bin manchmal nach meinem Softball, ich bin gekommen, ich war 285, das ist wie viel Kilo ungefähr? so, 129, 28 würde ich sagen, ungefähr so, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ein, zwei Kilo mehr, weniger, so, und dann nach meinem Softball hier war ich 235, so, das ist 50 Pounds, das ist ein bisschen mehr als so, doch, 105 Kilo, ist das 100, 105 Kilo sind 235? ja, 105 Kilo, dann bin ich komplett gedroppt, von so einem Gewicht runter, und dann bin ich zu Camps gegangen und Coaches haben gesagt, okay, du musst jetzt Gewicht drauf tun, in dein Junior, und dann bin ich sogar nicht nach Hause gegangen, den ganzen Sommer bin ich da geblieben, ich habe bei meinem Coach gewohnt, der 65 Jahre als mein Corner Coach, das heißt, ich war mein Position Coach, ich war auch bei dem eine Woche so, aber ich bin nicht rüber gegangen, in die USA, also nach Deutschland wieder, um meine Familie zu sehen, alle meine Leute, alle meine Freunde, bin ich nicht rüber gegangen, und ich habe gesagt, okay, wenn du besser werden willst, dann musst du hier jetzt bleiben, und da waren auch ein bisschen so finanzielle Probleme, weil ich bin in die Camp Tour gegangen, das kostet ja auch ein bisschen Geld, und die Flüge sind auch nicht so billig, habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich für die Camp Tour, und die Camp Tour hat mir dann bewiesen, okay, ich kann ein sehr guter Spieler werden, aber ich muss jetzt mein Gewicht durchmachen, und dann war ich anderthalb Monate bei meinem Coach, man hat ja ein bisschen länger, einen Break in Amerika, das sind dann fast drei Monate, zwei Monate, und die ganze Zeit war ich da, ich habe gearbeitet da, für die Schule, jeden Morgen, ich bin aufgewacht, 8 Uhr morgens, ich habe gearbeitet, bis 4 Uhr, bin ich zurückgekommen, weil mein Coach hat was gegessen, und dann bin ich trainieren gegangen, das habe ich anderthalb Monate gemacht, kein Feiern gehen hier in Köln oder so, nichts, ich bin nur da geblieben, habe die ganze Zeit trainiert, und dann mein Junior bin ich wieder hochgekommen vom Gewicht, und dann habe ich natürlich die Erwartungen getroffen, und dann kam das Problem, du bist so klein, dachte ich mir, okay, wie groß bist du, einmal sagen, so 6'3, so ich sage mal 6'4, ein bisschen größer als die Hölle, ne, du müsstest ziemlich genau so gleich groß sein, ich glaube, wir sind gleich groß, einmal kurz, vielleicht einmal kurz was mit den Größen auf sich hat, in den USA wissen wir, das sind immer die großen, starken Athleten, so und Coaches gehen ganz klar nach Metrik hin, und sagen, hey, du musst so groß, so schwer und so athletisch sein, wie es geht, und 6'3, sagen wir 285, das sind 1,90 Meter, 135 Kilo, für alle, die zuhören, in Football-Metrik hin, für die One-Coaches, ist das klein, zum Beispiel auch meine Position als Taco, so, man erwartet 6'7, 285, richtig lean, richtig so beweglich, also ich war immer so, so athletisch genug, um Taco zu spielen, also so, auch auf einem guten Level zum Beispiel, aber Taco ist, du musst echt athletisch auch sein, du bist ja auch außen, du spielst ganze One-on-One-Blocks, hast du alles, zum Beispiel Inside, es muss so schwerer sein, ich spiele zum Beispiel Inside, und dann merke ich auch, mein Gewicht, so muss auf jeden Fall, 300 Pounds muss schon sein, so, weil, man merkt halt schon den Unterschied, die Leute sind stärker, mehr Inside, und außen sind die halt leichter, die Jens wiegen nicht, 130 Kilo meistens in Highschool, die sind so 100 Kilo, 105 Kilo so, deswegen, die sind athletisch, aber dann, mein Junior, hatte ich ein gutes, hatte ich mein Breakout, das war so mein bestes Jahr, was ich hatte, in der Zeit, und, dann, immer mit Coaches hin und her, geschrieben hin und her, immer telefoniert auch, in meinen Dorms war ich noch, da waren wir, da war ich so am Sitzen, und da, wir hatten so Hochbetten, und da waren so fünf Jungs da am Sitzen, die dachten, ich kriege mein allererstes Offer, und alles, und dann, halt viele mal geredet, und dann war dahinter nicht so, das wird in den Gesprächen, also erzählt, was sind da so, wenn du sagst, oft telefoniert, also wenn die den nicht aufhören, was brauchen die von dir, was wollen die von dir, warum reden die überhaupt mit dir? Also oft auch, bei mir zum Beispiel auch, weil ich ja aus Deutschland komme, wollen die halt sehen, wie gut kann ich Englisch, wie gut verstehe ich was, ich war auf viele Visits, und die haben auch viel mein, so Football IQ getestet, haben so Plays gedraught, und alles, und haben auch vorher so ein bisschen deren Scheme quasi erzählt, und dann haben die gesagt, okay, ich hab gerade von Inside Zone erzählt, wie würdest du jetzt gegen diese Front, 3, 4 oder 4, 3, so, die haben meine Front aufgemalt, zum Beispiel, und dann musste ich zeigen, okay, wie blocken die so und so, und die wollen halt, weil man muss halt so sehen, die investieren in dich, das ist ja wie deine Arbeit, 60, so, eine University, so, wenn man von Deutschland kommt, ist 60.000, 50.000, so, wenn du in State zum Beispiel bist, kriegst du ja auch in State Tuition, und alles, kriegst du ja, dann geht der Preis runter, wenn du halt in Amerika bist, aber ich hab keine in State Tuition, ist Deutschland für mich so, ich hab keine in State Tuition, deswegen war für mich der einzige Weg, Full Scholarship, so, alles andere geht nicht, ich bin halt nicht in den rechten Verhältnissen aufgewachsen, dass ich sagen könnte, okay, ich möchte jetzt so, ich geh dahin, und wenn die mir so ein Halbpaket machen, zahlt so, meine Familie hilft, was, dann war es auch immer wichtig für mich, mich am besten, in Telefonaten zu repräsentieren, zu den Coaches, und ich hab immer sehr, so gut Englisch da geredet, immer natürlich fängt es an, wassup big dog, und so, die kommen, erzähl so, erzähl so, immer so. Also nicht kein Business Englisch, ne, sagen wir es mal für die Leute. Ja, für die halt, aber du darfst ja nicht sagen so, yeah, thank you bro, so, du sagst so, thank you sir, und so, das ist ja sehr wichtig, die wollen ja auch sehen, dass du Respekt hast. Respekt hast, klar, Hierarchie ist ja immer sehr, sehr wichtig in Amerika. Für mich ist das auch so wichtig, also, dass ich auch den Respekt, man soll auch nicht zu verkrampft sein, weil die wissen dann, dass du auf Krampf so bist, weißt du, so, man soll nicht auf Krampf zu nett sein, aber so ein normales Gespräch, immer so, wie geht's, wie war die Saison und so, komm auf einen Visit, die wollen immer, dass du kommst auf einen Visit, und das Problem ist halt, ich hab kein Auto, so, wie soll ich da hinkommen, normaler Amerikaner können mit 16 schon Auto fahren, können auf Visits gehen, und ich konnte das nicht, ich musste immer einen meiner Coaches fragen, und dann gucken, ob die Zeit hatten, und dann meistens bin ich da nie alleine gegangen, ein paar Leute sind da auch mitgekommen, die auch rekruten wollen und so, und ich hab viele Visits gemacht, mit vielen Coaches geredet, und echt, was man da alles hört, was die da versprechen und alles, das ist echt, da hab ich auch Coaches gehabt, die haben mir so Sachen gesagt, ich hab ja, Georgia Sider hab ich ja committed und alles, und die haben mir gesagt, die bleiben hier drei, vier Jahre, die sind gerade erst neu gekommen, alles, alle sind weggegangen, nach dem Jahr, Running Backs Coach war weg, Online Coach war weg, Cornerbacks Coach war weg, Linebackers Coach war weg, da war echt, außer der Head Coach, und der Offense Koordinär, und der White Receiver Coach, nein, der Quarterbacks Coach, da sind alle, nur die sind geblieben, und alle sind weg gewesen. Georgia Sardin, ist das die mit dem türkisen Feld? Nee, Georgia Sardin hat das Problem. Das ist JMU, JMU hat, nein, das ist Coast Carolina. Ich mein Coast, ja, ich mein Coast, ja, genau. Was sind sonst noch so Versprechungen, also, ich kenn's ja auch so ein bisschen, das ist ja, die Coaches, sagt man immer, das sind Verkäufer, das sind Vertriebler, die kommen, wollen dich haben, und sobald deine Unterschrift sitzt, ist alles der Tür raus, und du gehörst halt denen, ne, das ist halt so, du gehörst denen für die nächsten vier Jahre, früher war's ja noch krasser als jetzt, jetzt kannst du transferen, aber die wollen dich ja haben, deswegen kommen ja die Versprechungen. Was sind denn so Versprechungen, die dir gemacht wurden, wo du so gehört hast, oder wo man sich natürlich auch gut fühlt, wo du jetzt so checkst, boah krass, die haben eigentlich nur versucht, mich zu recruiten, aber ehrlich war das nicht. Also ich erinnere mich noch, es war, das war mein Junior, hatten wir immer 6-Jährige Match Drills, mit unserem Coach so, Match Drills, man einfach, so, man macht so, Cone-Sachen, also man läuft, man bewegt sich einfach, dass du Athletischer wirst, so, dass du Off-Season-Works, so, ne, und, hat mein Coach mir gesagt, okay, morgen kommt UNC, University of North Carolina, so, und ich so, boah, die sind schon krass, mit Jordan auch, und so, wäre schon Maximum, so, wenn ich ein Offer von denen kriegen würde, so, und dann sind die gekommen, und ich bin so ein Mensch, ich bin sehr nervös, wenn sowas passiert, ist besser, wenn man mir da sowas nicht sagt, ich habe mir mein Coach danach gesagt, sag mir sowas nicht mehr, so, wenn die kommen, dann sollen die kommen, und dann so, im Effekt, so, im Moment, dann sehen sie es einfach, was da ist, genau, und dann bin ich halt, früh schlafen gegangen, hab am Tag davor, natürlich gut gegessen, noch so, nicht zu viel natürlich auch, damit ich nicht so zu sloppy bin, am nächsten Tag, aber dann sind wir da gewesen, und da war auch, Purdue war da, ULM war auch da, ULM war auch mein erstes Offer, und mein Coach hat den Coach immer Big Daddy genannt, der hieß Big Daddy, der mich geoffert hat, und der war auch da, und in der Zeit war so, mein Coach hat auch gesagt, du musst ein bisschen höher gehen, und wenn du Power 5 spielen willst, musst du den Switch machen, auf Guard, das heißt, ich bin auch ein bisschen schwerer in der Offseason geworden, und UNC war dann da, und ich hab mich, University of North Carolina übrigens, die sind auch Top, Top Program, also Power 5, die sind Top 25, eigentlich jedes Jahr so, Drake May geht jetzt wahrscheinlich, kein First Overall, also die Producing, First Round Athletes und so, muss man dabei sagen, Mitch Stubisky, Mitch Stubisky auch, ja, stimmt, und wir waren dann halt da, und ich hab halt so, mein Ding einfach gemacht, ich hab meinen Kopf, immer bei sowas, schalt ich meinen Kopf einfach aus, ich denke nicht an die Coaches, ich denke nur an mich, wie kann ich am besten mich repräsentieren, also representen so, und das für mich, was am besten ist, ich war nie der, so most athletic, und so vom Körper her war ich auch nie der krasseste, und auch nie der größte, aber was ich hatte immer, ich hatte immer Ehrgeiz, ich wollte immer der Beste sein, egal was, ich hab immer mehr gegeben als die anderen, auch bei Camps und alles, da siehst du ja immer in Linien, da sind ja so Linien, und dann bist du halt der Nächste, der dann kommt, musst du halt diesen Drill machen, und ich hab mich immer durchgemogelt, und bin immer von hinten, einfach in die dritte Reihe, und Coaches, da kommt ja Korbaler raus, ja, ja, aber das sind diese Details, so fällst du ja vielleicht nachher wirklich auf, wir reden hier gerade von, das ist ja auch so eine Sache, es gibt diese Aufdröselung ja von, wie viele Highschool-Player gibt es in den USA, wie viele von diesen Highschool-Leuten schaffen es überhaupt, mit einem Scholarship ans College, und dann in diese NFL, und das ist ja genau das, was du gerade sagst, ey, wenn ich auf so einem Campday bin, was wir ja auch feststellen müssen, an einem gewissen Tag in Amerika, x-fach stattfindet, ne, also es ist ja nicht nur, dass du an einem Tag bei UNC bist, und dass sie nicht parallel an irgendwelchen Orten genauso diese Camps halt ablaufen, und du so eine fette Masse an Spielermaterial hast, was, wo wir auch sagen müssen, vor allem, wo die Qualität ja auch extrem hoch ist, also da ist das, sag ich dir ganz ehrlich, ist das, einer von 57, Highschool-Athletes schafft es nachher, College-Sport zu spielen. So 2% sagt man, 2% genau. 2% sagt man, aber auch jetzt, um die Story so zu vollenden, der Coach war dann da, ich hab meinen Workout alles fertig gemacht, und der Coach wollte mit mir reden, ich hab gesagt, Coach, ich muss noch meine Gäste zu Ende machen, nach dem Training, so, nach dem Training hab ich immer noch ein bisschen extra gemacht, hab ich gesagt, wäre okay, also, wäre es so gemacht, ne? Ja, hab ich auch so, nicht weil der Coach da war, das hat auch mein Coach gesagt, im Endeffekt zu denen so, der hat das auch, der hat halt, die Coaches verkaufen dich halt, also der, mein Head Coach, muss mich quasi verkaufen, also der ist ja ein Salesman, der muss mich verkaufen, dass Colleges mich quasi kaufen, so, damit die mir ein Scholarship geben, und der war halt da, der war super überzeugt, hat mir seine Nummer gegeben, hat gesagt, I'm gonna call you, don't ghost me, also lass mich nicht hängen, ich rufe dich heute an, und mein Coach hat gesagt, boah, die werden dich offen heute. Ich so, boah, UNC Maximum, ist so direkt, ich sag, am Telefon Coach, ich komm mit dir hundertprozentig und alles, Jordan auch, so, ist ja auch eine gute Marke da, und da, wenn du auch mal ein Paar kriegst, da kriegst du natürlich die neuesten Sachen so, zum Beispiel Schuhe, ich war auf dem Visit später, da haben die mir erzählt, 10.000 Euro kannst du ein paar Schuhe verkaufen, ist auch verrückt, und der Coach hat dann, halt im Endeffekt hat er, Das sind diese hellblauen, die hattest du auch bei deinem Prom an, ne? Ja, Ja, genau, die kenn ich doch, da hast du doch einen hellblauen Anzug auch an bei deinem Prom, weiß und babyblau, Ja, Junge, der Speck ist da, sehe ich doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das kann ich doch dran erinnern, jetzt wo du sagst, jetzt weißt du, wo du den Schuh her hast, ne? Also nein, von Daniel, ich hab mich selber gekauft, natürlich so, aber man könnte eigentlich so ein paar mitdribbeln, wer gut fühlt, wer gut fühlt. das ist halt generell, also muss ich sagen, Jan, ich habe ja durch unseren Beruf auch ein paar Colleges gesehen und so, und das ist halt Banane, also muss man einfach sagen, wenn du gerade bei den D1, sowas wie UNC gehst, die dann irgendwie noch ihre Exklusiv-Deals mit Nikes, Adidas oder sonst irgendwas haben, die werden ja teilweise, je nach Schule, für den Game Day ja ausgerüstet, ne? Also das ist ja das Komplettpanne. Also ich weiß noch, als wir im April in diesem Facility Room von Texas A&M standen. Von dem Track Team, ne? Von dem Track Team, genau, richtig. Nur vom Track Team, so. Ein elendig langer Gang mit so, wie so eine Bücherei aufgebaut, quasi, wo du immer in so einen Trakt reingehen kannst. So Jacken, wo die sagen, ja, wir haben hier 20 Jacken, aber die kriegt man nur, wenn man Nationals läuft. Ja, wir könnten ja 20 Track-Athletes haben, die Nationals. Ich so, wie viele machen es denn vielleicht? Ja, 5 so. Ja, und dann manche haben vielleicht zum Beispiel dir, zum Beispiel auch bei Chattanooga, zum Beispiel, die haben mich gefragt, welche Größe und alles. Ich bin da angekommen, hab da auch meine Sachen bekommen und alles hat nicht gepasst. Alles hat nicht, also die Hosen, alles war perfekt und so und Schuhgröße, aber T-Shirts und ich bin da, ich so, was soll ich machen jetzt? Ich sehe aus wie eine Presswurst. Ich kann da auf jeden Fall nicht so Morninglifts kommen oder irgendwie zu Workouts auftauchen und bin schon am nächsten Tag nochmal in die Training-Room gegangen, hab ich gesagt so, ja, bisschen zu klein könnte ich eine Größe. Die so, kein Problem und so, haben wir ganze Sachen, haben wir noch, die so, ja, brauchst du noch extra kurze Hose oder so? Ich so, natürlich, so haben die mir alles gegeben. Also, du weißt Bescheid, sagst du nächstes Mal, ey, ich hab meine Größe verwendet, ich hab jetzt komischerweise einmal M, einmal XL und so und wenn du nächstes Mal zu Besuch kommst, Lukas, dann weißt du Bescheid. Weißt Bescheid. Lukas, das ist ja jetzt so der letzte Punkt bei dir. Wir wollten heute mal so deine Highschool, deine Zeit besprechen als Recruiting. Es ist ja am Ende dann nicht North Carolina geworden, nicht UNLM, es ist Chattanooga geworden. Warum ist es Chattanooga am Ende geworden? Wegen dem Namen, wegen Mockersins? Also, am Anfang wusste ich nicht mal, was ein Mock ist. Ich auch nicht. Das ist ein Vogel, so wie ich herausgefunden habe. Ich weiß nicht auch, wie man das jetzt übersetzt. Ich hab nicht vorher das geguckt. Ich glaub sogar wirklich Mock, nicht sogar Mockingbird. Ich hab gestern nämlich auch Mockingbird von Eminem. Tabute von Panem. Achso, ein Lied von Eminem übrigens auch. Ich meine, es war auf jeden Fall ein Vogel. Ich hab mich erst dann auch geguckt, weil ich mir gedacht, was ist Mocks? Hab ich noch nie gehört. Und dann hab ich halt gesehen, erstmal, dass es früher Chattanooga Mockersins waren. Ja. Und jetzt, keine Ahnung. Naja. Also, halt in meinem ganzen Recruiting wurde ich halt von sehr, sehr vielen Schulen angeschrieben. Ich hab mit sehr, sehr vielen Schulen auch geredet. Ich hab mit Alabama mal kurz geredet auch. Ich hab mit North Carolina geredet. Ich hab mit Maryland ganz viel Power 5, G5, alle haben mir da auch geschrieben auf Twitter. So, ich hatte ganze Coaches an mir gefolgt. Und ich war halt so lange committed to Georgia Southern und dann hab ich decommitted im Dezember. Und Dezember ist schon recht spät. Ich wollte nicht early signen. Dann hab ich gesagt, okay, ich sign im, nein, ich hab kurz vor early signing, im Dezember, hab ich dann decommitted, weil die Coaches alle woanders hingegangen sind, haben mir natürlich versprochen, dass sie bleiben und alles. Sind alle woanders hingegangen und der Herr Coach hat halt gesagt so, your scholarship is still available. Also, ich kann immer noch dahin gehen und so. Wenn ich will, hab ich gesagt, aber so, ich hab keinen Kontakt mit dem neuen Coach und alles. Und dann hab ich okay gesagt, ich decommitted, da hab ich meinen Coach gesagt, ich weiß nicht und so, mach lieber noch nicht. Aber ich hab einfach auf mich gehört. Und dann, die Sache, weil das so spät auch war, haben auch viele andere Schulen waren schon voll. Ich hatte ja 14 Offers, 15 Offers hatte ich am Anfang und viele haben mir dann gesagt, we are four, we are four, we are four. Die so, wir werden dich gerne haben und so, aber die waren voll. Und dann hatte ich am Ende noch drei, vier Schulen übrig und habe ich noch am Ende, im Januar, habe ich zwei Offers neue bekommen, North Alabama und Chattanooga habe ich noch bekommen. Dann bin ich natürlich auf meine Official Visit gegangen, der Online-Coach ist gekommen, hat gesagt, okay, wir wollen dich diese Woche hosten, eine Official Visit. Official Visit ist so, man guckt sich offiziell das College an. In meinem Jahrgang waren noch fünf, jetzt haben die das geändert, du kannst so viele machen, wie du willst. Und so auch mit so einem Kart durch die Gegend gefahren? Ja, dazu komme ich jetzt, dazu komme ich jetzt. Also es gibt verrückte Storys auf meine Official Visit so. So, ich habe mit dem Colter auch gequascht, der meinte, als der auf seiner Official Visit war, der hat nichts gemacht, der war einfach nur da, hat sich schon lange geguckt, aber bei dem war auch ein bisschen anders, der ist von Deutschland direkt dahin gekommen. Bei der Höller da so wahrscheinlich, der Höller ist ja auch nicht so die Partymaus und so. Der Colter, mit dem Colter habe ich gekriegt, Lukas Colter. Der Höller war ja schon bei Jüngers, wahrscheinlich hat der dann eh einen anderen Visit bekommen. Ja, das stimmt auch. Den deutschen Visit halt so, im Labor. So, guck mal, hier gibt es was zu essen und so, guck mal, hier gibt es das und so, hier kannst du morgens früh aufstehen. Hier mache ich das mit meinen Mitochondrien. Ganz gut studieren. Der hat den deutschen Visit bekommen, du hast den Ami-Visit bekommen. Und dann bin ich da angekommen, bin ich mit einem Coach gegangen und mein Coach ist so, für den ist es wichtig, so Manners und so, also das heißt, man muss sich so gut anziehen, er sagt, first impression, so, das ist das Wichtigste. Und ich habe den Head Coach vorher halt nur nicht gesehen, ich kenne den Online Coach halt, weil ich weiß noch immer, mein alter Coach hat mich einfach mitten aus dem Unterricht rausgezogen und mein, so der neue Head Coach, der gekommen ist in meiner Highschool, hat immer nur geschrieben, come office. Und dann wusste ich direkt Bescheid, ein College Coach ist da und dann bin ich einmal gekommen und dann war der Online Coach da von Chattanooga, hat mich geoffert, hat er gesagt, okay, wir wollen dich diese Woche hosten, official Visit. Hab ich gesagt, okay, Hedge Bock, weil ich habe meinen official Visit bei Jody Sada nicht gemacht. So, dann bin ich da hingegangen mein Coach hat mich, ein anderer Coach hat mich gefahren, mit dem ich auch im Sommer war, habe ich erzählt in der Story. Ja, sind wir da angekommen, mein Coach so, ich bin das Auto hingeschrieben, da so, Lukas, what the fuck is this? Der hat mich angeguckt, der so, wie bist du angezogen? Und ich hatte einfach Jogginghose und ein Teil da so, zieh mal so, wir hatten in der Schule ein Dresscode, so, wir mussten uns immer so, wir mussten Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, ja, mussten wir immer Kakis anziehen, so, nicht Anzugshose, aber so Chino-Hosen. So Gym-Hombo-Hosen. so Golf-Hosen. Ja, so Chino-Hosen, belche Chino-Hosen und dann mussten wir ein Oberteil zum Beispiel von Rabian Gap so haben und dann habe ich eine Chino-Hose noch eingepackt, weil ich wusste, dass der Coach das sagen wird, ich wollte ihn noch ein bisschen so sauer machen, so ein bisschen Spaß, weil ich habe auch ein anderes. was man mit einem US-Coach so machen sollte, weißt du. Aber der ist von der High School. Egal wie viel Disziplin du bekommst, das wird immer bleiben, immer ein bisschen frech, immer ein bisschen Läpsch. Musst du auch sagen, bist du auch aus Köln, ein bisschen Läpsch sein muss immer sein. Aber das war auch mein High School Coach, nicht mein Coach Coach. Und sind wir halt dahin gefahren, haben wir alle Coaches gesehen, der Herr Coach war da, haben wir Hallo gesagt, aber am nächsten Tag hatten wir halt diese ganze so wirklich Recruiting, official visit und alles, wir haben Bilder gemacht, sind essen gegangen, schön essen gegangen, wir sind auch deutsch essen gegangen, in Amerika war Katastrophe. War Katastrophe, echt gar nicht gut. Echt, also war okay. Ich hatte, was hatte ich? Ich glaube, ich hatte so Rinderbraten mit Rotkohle und so. Besser bei Mama zu Hause, ne? Ja, also meine Mutter kocht nicht deutsch, aber so, wenn die so versucht, was deutsch zu machen, auf jeden Fall besser. Lukas, zum Ende und das merkt man, wir wollen das ja auch in einem Rahmen halten und wir hoffen, dass du so viel Spaß hattest, dass du nochmal wiederkommst. Wir haben jetzt ganz über die High School geredet, das heißt ja College Corner. Deine erste College-Saison ist vorbei und du hast noch nicht viel gespielt. Wir haben ja eben gehört, du bist dedicated, du bist ein Baller, du hast gezockt, du hast dich durchgesetzt, aber jetzt kommst du ans College und gehörst du diesen 2% und da musst du ja so ein Mann unter Männern sein. Erklär mal, wie hart ist die Competition und warum ist es halt nicht selbstverständlich oder warum ist es eigentlich normal, dass du in deinem ersten oder zweiten Jahr nicht startest? Also ich bin da hingekommen halt, ich habe ja erwähnt, ich hatte Probleme mit meinem Gewicht so zu halten und in meinem letzten Jahr habe ich dann auch ein bisschen runtergekattet, ich war 315er, bin ich runtergegangen auf 250 wieder, ist auch 65 Pounds, das ist mehr, fast 30 Kilo so, habe ich runtergemacht und das hat mir auch gut getan, weil mein alter Coach hat mir immer gesagt, die können immer Gewicht auf dich tun im College, die haben die Nutritionist und alles haben die dafür, die Strength Coaches und alles und dann bin ich halt aufgetaucht und ich dachte so, okay, so hier, so wenn ich meine Jungs sehe, ich bin recht groß, recht breit und so, aber da, ich bin da angekommen, ich war echt kleiner Mann, so, kleiner Junge, kleiner Mann, da habe ich so einen gesehen, da war ich, der war auch vom Trey School, unser Ravory School habe ich erzählt, vom allerersten Game, der war auch da und dann sehe ich so, 6, 7, das ist so fast 2 Meter, 6, 7 und so 300 Pounds, das war echt einfach ein Bär, das war wirklich ein Bär einfach und ich gucke so, und ich so, boah, wie krass, ich bin so ein kleiner Junge, so im Vergleich, ich bin so sein kleiner Bruder, im Vergleich, aber so, in College, die Competition ist schon viel, viel anders und College auch, als Freshman ist ganz anders, so, mein Coach hat auch Ende der Season gesagt, Freshman year is the hardest year, so, man muss, weil du musst dich beweisen, diesen extra hart zu dir, ich weiß noch einmal, ich bin 5 Uhr morgens ins Gym gekommen und ich habe meinen Workoutplan gemacht, du konntest einfach reingehen, da ist ein Plan auf einem Fernseher und dann guckst du einfach, okay, wir haben heute Squats, wir haben das und dies und das und dann guckst du, machst das nach Plan und wir haben halt 5, 6 Coaches, die gucken halt zu dabei und ich weiß noch, wir hatten am Ende Perfect Pushups, da musst du 11 Stück machen und du musst die auch laut sehen und ich mache so 1, ich habe so 1, 2, 3, der hat so, no, count in fucking German und dann war ich Strength Coach so um 5 Uhr morgens, aber Bruder, Strength Coaches sind auch anders, die sind alle bescheuert, ich war mit dem Höller bei UMass einmal morgens um halb 6 oder so, weil ich mir gedacht habe von wegen, ach komm, bist du hier, machst du mal mit dem Höller einen richtigen College Tag mit und du stehst wirklich auch um 5 Uhr auf, gehst, guckst dir das Ganze an, ich musste zwar kein Gewicht heben, aber ich schwör es dir, meine Muskeln sind von einem Stunde lang diesen Menschen, diesem Strength and Conditioning Coach zuzugucken, sind die nur schon gewachsen, weil der Typ war 1,60 groß, hat aber diesen Pumpergürtel an und war die Leute mit einer Überzeugung am Anschreien, wo ich mir gedacht habe, Junge, dein Tag geht auf jeden Fall schon seit 5 Stunden, weil der so on fire war, aber so die Strength Coaches sind schon, die müssen so sein, die müssen so, die müssen hart sein, die müssen so ein Arschloch quasi, sagt man, die müssen so sein, weil im Endeffekt, deren Job ist auch nicht so leicht, das sind halt Jugendliche, so, die kommen dahin, auch in Amerika, manche, die, sagen wir mal, so wie ich hier aufgewachsen bin, manche sind da viel schlimmer aufgewachsen, in Amerika, mit den Gangs und alles so, die kommen dahin und lassen sich auch nicht alles gefallen und dann müssen die so sein, die müssen dann so hart sein, dass die dann auch so, sich durchsetzen und dann den Jungs zeigen, okay, ihr müsst das machen, das ist kein Spaß mehr hier, ihr müsst das machen, ihr habt euch dafür abgesigned, so, du hast so Pen on the Paper, du hast unterschrieben, dafür hast du gemacht und das musst du jetzt alles machen, so, und also, so dieser 5 AM, wo ich gesagt habe, wo ich, das hast du mir mal als Sprachnachricht auch geschickt, ne, hab ich mir gegründet, wie es dir geht und du meinst so, ey, so und so ist geil, aber ich sag dir ehrlich, diese 5 Uhr morgens aufstehen ist ganz anders, ich bin da gar nicht der Typ, also muss ich machen, ich bin immer da und so, Jan, weißt du, aber diese 5 AM ist komplett, das geht nicht klar, das geht eigentlich nicht klar. Also am Anfang, man muss sich gewöhnen da dran, aber dann kommst du in deinen Rhythm und dann ist es auch nicht so schwer mehr, dann kommst du, bist du drinnen in der Saison, aber die Saison ist irgendwie kurz, aber auch sehr, sehr lang, zum Beispiel Fall Camp, darüber kann ich ein bisschen mehr erzählen, Fall Camp war schon, also echt ein Struggle, Fall Camp ist schon hart, also das, was wir da gemacht haben, wir haben ein Highschool-Vorkamp nochmal in meinem letzten Jahr gemacht und das im Vergleich war echt eine andere Nummer, das war komplett, du bist, wir mussten um 6 Uhr in der Facility sein und ich hatte kein Auto, das heißt, ich musste überall da hingehen und das Scootan-Cheranuga, das ist ja so Downtown und alles, das ist alles in der Stadt so und man muss nirgendwo weit gehen, man kann mit zu Fuß, kann man recht gut sich bewegen und ich war halt da und 6 Uhr musst du da sein, das heißt, du musst ja auch aufstehen, so wir haben ein Check-In, da war der Strength-Coach direkt natürlich mit solchen Augen und alles so wach auf Koffein und diese, wie sagt man, nicht Snooze, sondern diese Chewing-Tabakos Achso, ja, also das ist praktisch Snooze, wie wir es hier kennen, diesen Tabak, aber halt raw, also einfach Dip halt, Speed so, die benutzen Becher mit drin, ja, die Becher so am Spitzen, die Coaches, die lieben das in Amerika, echt, das ist da, für jeden Menschen, der daneben steht, ist das einfach nur abgrundtief ekelhaft, ganz ehrlich, finde ich auch und dann halt 6 Uhr morgens, der steht da, macht Check-In und wir mussten immer, morgens mussten wir Pickle-Juice trinken, wie heißt, eingelegte Gurken-Saft, wie Elektrolyte halt, kriegst du keine Krämpfe, für den Salz und wir haben da einen Shake bekommen auch, so Milkshake, also so Proteinshake und wir hatten so Snacks da am Liegen, konntest du die einfach nehmen, dann musst du dich tapen und du musst um 7 Uhr im Meeting sein, da habt ihr eine Stunde Meeting gemacht, hattet ihr Practice, nochmal zwei Stunden und Practice in Fall Camp ist auch, du bist Fullpads, am Anfang bist du nicht direkt in Fullpads, aber in der Zeit, wo du in Fullpads bist, dein Körper nimmt dir auch mit der Zeit mit, das geht ja mehr, zweieinhalb Wochen, drei Wochen fast so und dein Körper geht auch mit, geht auch mit, weil am Ende, du gehst 10 Uhr aus der Facility raus und musst da wieder um 6 Uhr sein, das heißt, du bist den ganzen Tag in der Facility, hast zweimal Training, hast unendliche Meetings und alles so, also Fullpads schon in College, echt eine ganz andere Nummer, Fullpads schon sehr hart. Lukas, wir merken, du hast, Redebedarf übrigens, du hast dir ein bisschen Sorgen gemacht hier vor, du bist wirklich Talent am Mic und ich bin begeistert, du hast so viel Talent, dass du uns beim nächsten Mal bitte dann auch noch von dem Game gegen Alabama erzählst, von euren Playoffs, die ihr das erste Mal nach sechs Jahren erreicht habt. Also wir haben bei dir noch so viel Raum, also wirklich, Lukas, ich bin so stolz auf dich, wie du dich entwickelt hast, wenn ich auch an den kleinen Jungen denke oder den kleinen Mann, der du ja da schon so ein bisschen warst, wie du dich gemacht hast, deine, also wir sind stolz, deine Eltern sind stolz, deine Lehrer sind stolz und überall hör ich, wie geil du es machst, ich höre dich, du bist so dedicated, du sitzt hier am Mic und bist am Erzählen ohne M's, ohne Nervosität, hast du das noch nie gemacht, also wärst du für den Weg, gehst du mal, ich kriege Gänsehaut, wirklich, wirklich, ich bin echt happy, wenn ich sehe, da so ein Teil von deiner besonderen Lebensstory zu sein. Danke, dass du hier mitgemacht hast, dass du uns das hier teilst und wie wir gerade schon gesagt haben, danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. College Corner Part 2, Lukas Mayer kommt safe, das kommt hundertprozentig. Und wird am Arsch gemacht. Und damit Championship Story vielleicht? Ja, hoffentlich. Lukas, Letzte, was wir machen noch hier, das ist jetzt eine Tradition, die wir jetzt heute anfangen, wen sollen wir noch einladen? Du kennst ja schon die Jungs, die hier sonst noch kommen, mit denen wir sonst aufnehmen, welchen College Athlete aus Deutschland hast du noch, wo wir sagen, mit dem müsst ihr reden, der hat auch eine geile Story. Also, das ist so, wie für mich mein kleiner Youngin, sagen wir in Amerika, mein kleiner Bruder, Justin, mit dem haben wir auch Fußball, auch bei den Crocodiles angefangen und ich weiß, und der war immer ein Riesenbaby. Und bei Justin, warum die Story so unique ist, der wollte eigentlich eine Ausbildung anfangen. Eigentlich eine Ausbildung in Deutschland anfangen, der wollte einfach nur ein bisschen bei Crocodiles zocken, so nebenbei, aber der war immer ein super Athlete und ich habe dann gesagt, vergiss diese Ausbildung, du kommst nach Amerika. Ich habe gesagt, geht nicht, ich habe gesagt, geht nicht, du musst hundertprozentig kommen. Und dann im Endeffekt hat für den alles geklappt. Leider hat er sich gerade momentan verletzt, hat sich sein Ace hier, hat er sich getaunt, also sein Kreuzbandriss und sein Minuskos hat er angerissen, aber wie gesagt, haben wir auch geredet, der hat Clemson, alle Offers, die man haben kann, der lebt wirklich true American dream. Alles klar. Lukas, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. The first one ever. Der Erste hier, wie einer der Ersten, der es rüber in die USA gemacht hat, wie du siehst, du bist Pionier. Mein Lieber, das war es mit, ich glaube, das machen wir Folge 1 College Corner. Ja klar. Das wird Folge 1 vom College Corner. Wir freuen uns auf dieses Projekt und beim nächsten Mal gibt es dann den nächsten Athlete aus Deutschland, der in den USA gegangen. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.